Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4, yeah! So, wir sind hier vor dem Kontakt, vor dem anonymen Kontakt. Michelle hat uns da angerufen. War das Michelle? Ich hab's jetzt total vergessen. Auf jeden Fall hat er auf dem Handy anonymer Kontakt gestanden. Ähm, ich bin jetzt total verwirrt. Egal, wir schauen uns einfach mal an hier in dem abgesperrten Bereich. Ja, das müsste für Michelle die sein. Äh, bei der Regierung auf jeden Fall. Wir schauen uns das einfach mal an, bevor ich jetzt hier noch mehr Mist erzähle. Äh, bei der Regierung auf jeden Fall ist das einfach mal an, bevor ich jetzt hier bin. Ich bin nicht in der Lage, zu interessieren über die Menschen, Bude. Ja? Boo fucking Boo! Hey. Hi. Listen, ich weiß, was du denkst, aber nicht bemerkst. Ich bin sorry, aber ich weiß nicht, wie du wissen, was ich denkst. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass ich mit dir liebte. Und, wierde ich, in ein paar Weise, du bist ein guter Typ. Aber du bist für mich verletzt. Nein, ich bin sicher. Nein, ich bin sicher. Ich bin sicher. Okay. Die What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle, or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you war for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellique. Quite a fire. Quite a story. Who are you? FIB? FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Olag Minkoff. He lives on Irokoi, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB. An organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. Hmm. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey. Welcome to America. Paskal Astara Dejava. Boshka. Begibtig zu Olex Apartment in Hove Beach. Unity. Wie heißt die? Genau. Ich vergesse den Namen immer. Unity Liberty Paper oder so. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht so wichtig, aber... Der nächste... Oh. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte die... ...um 180 Grad gedreht. Haha. Geil. Ähm. Der nächste Typ erpresst uns jetzt hier. Wegen unserem Verbrechen von früher. Oder vor allem. Wegen unserer dicken Akte. Aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Da fahre ich mit dem Taxi hin. So, Kollege. Ich bin von der Regierung ab jetzt. So. Ähm. Also, es war doch richtig, was ich am Anfang gesagt habe. Dass Michelle war. Ich hab halt nur den Namen von dem... ...von der Behörde vergessen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Und im letzten Part wollte ich ja noch eine Schutzweste holen. Da bin ich da extra hingefahren. Weil ich nur eine Stelle auswendig weiß, wo die auf der Karte ist. Allerdings ist mir gar nicht eingefallen, dass ich auch, äh... ...ins Waffengeschäft gehen kann und mir eine Schutzweste kaufen kann. Darauf bin ich gar nicht mehr gekommen, weil ich das eigentlich nie mache. Was haben wir denn hier? Ah, das hat mich kurz interessiert, das Rode da. Ähm. Muss ich da jetzt jemanden erledigen? Sieht so aus. Oder? Ich vergesse zu viele mal, ich weiß. Das ist echt nervig. Ja, ich soll mich erst mal dahin begeben. Ach so, ich soll über den viel rausfinden, so. Oder erledigen halt. Bei, äh... Bei unserem Style. Mr. Minkov! Anybody here? Äh... What have you got for me? Not much. He gives a clean house, he's got a computer. Check his email. Call back with any information, that would indicate his current wearerabouts. Suche im Computer nach Informationen. Ja, wie man ein Computer bedient weiß im Spiel. Oh, geiler Hintergrund. Was für ein geiler Desktop. The all seeing eye is watching you. Ja, und zwar hier, hier, hier und hier. Da gehe ich aber jetzt nicht drauf auf die Internetseite, wo da steht. Der hat nur die E-Mails. E-Mails, also... Ähm... Larry Leiner. Achtung, Warnung vor Veröffentlichung. Sehr geehrter Mr. Minkov, es ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie vor allem ein Manuskript voller Irrtümer und Anschuldigungen zu veröffentlichen. Ein Klient, der nicht genannt werden möchte, wird Sie wegen Verleumdung verklagen. Sollte dieses Manuskript je herausgegeben werden. Geben Sie diese... dieses Unterfangen auf. Hochverachtungsvoll. Larry Leiner, West-Anwalt... West-Anwalt... West-Anwalt, ja... Spur von Konstantin. Oh, muss ich das jetzt echt lesen, alles? Lieber Ulrich, ich kann dir keine weiteren der gewünschten Informationen geben. Ich habe meine Kontakte am Kaspischen Meer angemailt, aber nur erfahren, dass die Adressen nicht länger existieren. Die Firmen, nach denen du gefragt hast, gehören außerdem anscheinend Dachgesellschaften, die wiederum Dachgesellschaften gehören. Wenn ich das Geld zurückverfolge, lande ich entweder auf den Cayman-Inseln, Cayman-Einseln, oder in der Schweiz, in der Sackgasse. Tut mir leid, dass ich... Ich wurde jetzt kurz abgelenkt. Ähm... Nur ist... Wenn mir nur kurz was auf dem Computer aufgesprungen hat, von Avira, vom Virus-System, war kurz ein bisschen verdutzt, da ist das irgendwie so ein, äh... Scheiß-Werbung. Egal. Hat anscheinend gerade, äh... Aktualisiert. So, zurück zum Spiel. Oleg, ach komm schon. Das ist doch verrückt. Du wirst nicht vom... Äh... Von Regierungsspionen beobachtet. Dein Telefon ist nicht verwandt. Du musst kein... Wasser aus der Flasche trinken oder aus Dosen essen, weil dich jemand vergiften will. Habe ich das jetzt richtig vorgelassen? Ja. Äh... Begreif das doch endlich. Aber natürlich möchte ich mich mit dir treffen. Du findest mich weder vor dem Juweliergeschäft an der Tulsa Street. Anscheinend muss ich da hin. Hat das jetzt was gebracht? Okay, wir rufen ihn jetzt an. Ich hätte anscheinend gar nicht vorlesen müssen, aber... Ja, genau. Besorgt ihr ein Fahrzeug und fahrt zum Juweliergeschäft. So, ich hoffe, da war jetzt irgendwie kein Soundfehler von meiner Stimme. Zu kurz die Stimme weg oder so. Wegen der Werbung auf meinem... Computer. Warum soll ich von der Vira was kaufen, wenn ich es kostenlos nutzen kann? Ah, es richtet mich immer so auf. Ähm, weil es hat... Ich wollte kurz wegklicken, gerade... bei dem Anruf und da hat es kurz gehauen. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, wir sollen da hinfahren. Das hat sich bestimmt wieder grausam angehört, wie ich vorgelesen habe, aber das ist so scheiße zu sehen auf dem Fernseher. Das ist echt so klein und so zusammengequetscht. Normal kann ich besser vorlesen. Achso, ich muss da drin parken. Ja. Ey, Kollege! Oleg versucht zu entkommen und erledige ihn. Und, äh... Wieder einmal müssen wir einverfolgen. Das war im letzten Part auch so, oder? Ich glaube schon. Oder? Oder, oder, oder? Das ist jetzt hier die Frage. Egal, ihr glaubt. Ich glaube, ihr wisst das besser als ich. Achso, ja, das ist bei Renton Charakter, genau. Bei Hossan. Unserem alten Buddy. Aber der scheint ein bisschen schneller unterwegs zu sein und ich habe ein scheiß Auto. Naja, es geht. Boah, fährt er schnell. Da komme ich ja niemals ran. Ich mache mal einen Unfall da vorne. Aber wenigens können wir rausschießen. Allerdings bringt das im Moment nicht... Oh nein! Das war dumm. Aber Glück im Unglück. Trotzdem hat das hat das jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Das wird noch eine Wildungsverfolgungsjagd. Ja, eine wilde Verfolgungsjagd auf jeden Fall. Boah, der gibt aber da Gas und thriftet da. Kollege, langsamer. Okay, fahr ruhig da. Ja, klar. Der gibt mir ja gar keine Gelegenheit, da irgendwie zu schießen. Hat er jetzt gestanden? Erledige ihn. Anscheinend schon. Ich kann's so von da hinten echt nicht treffen. Das ist viel zu weit entfernt. Da muss ich jetzt mich total konzentrieren. Ja, der ist da lang. Der nimmt natürlich auch Abkürzungen. Das ist echt fies gemacht. Dann sind die ja noch schneller unterwegs und manchmal treffe ich die Oh! Treffe ich die Einfahrten da nicht. Die kleinen Gassen da. Jo, das wird noch ein bisschen gehen, wenn's so weitergeht. Naja. Oh! Nein, ich hasse diese Dinger, dass man die nicht kaputt fangen kann. So, der fährt da. Jetzt kommt Fahr nach links. Na, toll. Ich hab so ein geiles Glück. Es passiert nie, was ich will. Wir verlieren immer mehr am Boden. Das sieht sehr schlecht aus. Aber jetzt macht er ein bisschen langsamer. Oh, ich glaube, da ist die Kirche. Die wird noch ein bisschen später bedeutend sein in einer späteren Mission. Aber dazu später erst mehr. Ähm, wie erwischt man den am besten? Weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil na gut, ich könnte, wenn ich die Mission gleich nochmal machen müsste, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann hol ich mir auf jeden Fall ein schnelleres Auto, wenn ich gerade eins finde. Weil der hat, ich weiß nicht, was genau für ein Auto der hat, aber scheint ein schnelles zu sein. Und mit meinem Fahrstil da, ey, da komm ich niemals ran. Boah, ärgerlich, ärgerlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal zu Ende ist. Er hat einen Unfall gebaut, aber mach doch nicht den Weg dazu. Er ist gerade rechtzeitig rausgekommen. Der Spaß-D. Ich komm nicht so nah ran, dass ich schon ballern kann, weil wenn ich baller, dann ist es auch noch schwerer zu fahren. Und deshalb muss ich erstmal richtig rankommen. So, jetzt. Das war schon mal besser. Oh, fahr doch nicht schneller jetzt. Mach doch mal langsam. Der hat einfach eine viel besser Beschleunigung als dich. Das kostet sehr viel Muni, aber ist egal. So, jetzt aber. Ja. Eliminiere Oleg. Eliminiere Oleg. Wo bist du? Der sitzt noch im Auto. Okay. 6500 Dollar. Die Bezahlung ist besser als bei Francis McQuarrie. Sehr geil. Oh, da ist doch ein Polizeiauto. Boah, haben wir eine Möglichkeit? Das sag ich sehr oft in letzter Zeit, aber es ist so. Francis, Twayne, Peggy, Unity, Liberty Paper oder wie das heißt. Nein. Und, äh, noch irgendwas. Playboy, glaube ich. Oder Twayne. Ey, jetzt ist mein Polizeiauto weggefahren. Ich möchte jetzt hier nämlich noch ein paar Polizeimission, äh, also, äh, Dings machen. Random Character, na, nicht Random Character, Most Wanted. Weil, die wollte ich eigentlich schon im letzten Part machen, allerdings hat das dann nicht so gut geklappt mit dem Polizeiauto finden und dann habe ich ja eh einen Random Character getroffen und deshalb hole ich das jetzt nach. Aber wenn es geht, bitte nur einen Stern bekommen. Habe jetzt keine Lust da zu flüchten. Schein zu gehen. Schein zu gehen. Wenn ich jetzt keine Polizisten überfahre, muss die andere Richtung. Okay, ich könnte den Part eigentlich schon beenden. Wir haben jetzt schon wieder gleich 15 Minuten. Ja, wir haben schon 15 Minuten. Allerdings gebe ich mich damit gar nicht mehr so zufrieden mit dem 15 Minuten Limit. Das gefällt mir gar nicht mehr so. Ah, Mann. Den, ah, ich darf nicht so gerade Strecken fahren, dann kommt die immer. Ähm, denn ich bin es einfach gewöhnt, in Letzten, fahr doch mal schneller, gewöhnt, äh, 20 Minuten oder so aufzunehmen, so aufzunehmen und, äh, deswegen will ich jetzt noch nicht aufhören. Wir machen jetzt hier noch ein paar Polizeimissionen, meistgesucht, äh, ah ja, jetzt, ich habe noch gar nicht alle auf der ersten Insel, ähm, ähm, aber da werden wir, äh, da bekomme ich jetzt nur die, also neue 10 angezeigt, weil, ähm, wir gerade auf der zweiten Insel sind, sind immer 10 in, ähm, Stadtbezirk, also es sind ja drei Stadtbezirke. Ich glaube, ich habe 8 oder 7 im ersten Stadtbezirk und hier habe ich noch keinen. Habe ich lang nicht mehr gemacht, muss ich auf jeden Fall noch viel machen hier. So musst du kurz rüssen, aber ist egal, so, wo, wo ist der denn? Wo ist der da vorne? Ja, ich, äh, denke, ich werde hier jetzt zwei zeigen. Einer auf jeden Fall mindestens und so schwer sind die ja nicht, da warten ja meistens nur ein oder zwei Leute auf mich, manchmal mehr. Ich halte die Zielpersonen aus, okay, na toll, jetzt sind die schon wieder in einem Auto. Äh, der Part ist so langweilig von der Mission her. Alles gleich. So, aber der ist nicht so schnell unterwegs. Das war ja echt übertrieben eben. Tod? Oh, geil, der ist tot. Dann schauen wir uns den Spacken kurz mal an, das war ein eiskalter Headshot. Achso, falsche Tasse. Ähm, hast du irgendwie Geld für mich? Jo. Das lohnt doch auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Da hat er jetzt so, da liegt doch noch Geld. Okay, das hat jetzt so gut geklappt, dann machen wir noch einer. Und mit meinem Glück, äh, wieder einer, wo im Auto flüchtet. Aber mal schauen. So, Jim Kent. Ah, ja, ja, der sieht aus wie ein, äh, Skinhead, ein Nazi. War falsch. Wo ist der? Ja, klar, dass die nicht so weit weg sind, da wir ja auf der zweiten Insel sind. Da sind die natürlich nicht auf der ersten, also kein Problem von der Strecke her. Ach ja, das wollte ich jetzt schon, glaube ich, in den letzten zehn Parts sagen. Naja, nicht zehn, fünf oder so. Wir haben, jetzt haben wir 33,85 Prozent schon. Also, ähm, ein Drittel, ungefähr. Allerdings bekommt man für manche Missionen, auch wenn man sie, äh, schon angefangen hat, ich weiß jetzt nicht genau, welche, ob es zum Beispiel Polizeimissionen sind, also, muss man halt, bekommt man erst die Prozentanzahl, nachdem man alle gemacht hat. Glaube ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht genau. Das heißt, wir haben schon ein bisschen mehr und, alle Tauben, ich glaube, da auch, wenn man alle Tauben macht, bekommt man erst, äh, gehen ein und schaltet die Zielperson aus. Also, erst wenn man alle 200 Tauben gemacht hat, getötet hat, bekommt man die Prozentzahl. Die werde ich auf jeden Fall hier auf Screen machen. Also, ihr werdet nicht 100 Prozent sehen. Also, es ist nicht ungefähr ein Drittel. Nicht ungefähr ein Drittel, hört ich auch so ein bisschen bescheuert an. Aber das Let's Play geht noch sehr lange, auf jeden Fall. Aber, weil ich sie, die wäre in der Zeit schon um. Ich laufe einfach mal gegen die Wand. Soll ich da rein? Ja, ich glaube, da bin ich richtig. Das ist höher gelegen. Da muss ich nur noch den Weg finden nach oben. Boah, sieht das so dreckig hier aus. Da. Aufzug. Kommst du? Ah, toll. Die letzte Tür, so. Jetzt bin ich richtig. Erstmal den. Haha, was war das denn? Wo bist du denn? Hallo? Ey, das sind die echt Nazis. Oder sind das Punks? Ach, das war er. Warum wollten die flüchten? Die haben mich nicht gesehen. Einer ist abgehauen. Vielleicht erwische ich den noch. Bist du hier irgendwo? Hallo? Nazi oder Punk? Oder zu Nazis ist mir lieber, also lieber, weil ich ihn erschießen kann. Gegen Punks muss man ja nichts haben. Aber gegen Nazi schon. Deshalb erledige ich die auf jeden Fall gerne. Ähm, da ist der. Ich hab dich gefunden. Ah, das ist ein Punk. Oder? Ja, sieht aus wie ein Punk. Aber der ist mir trotzdem unsympathisch irgendwie. Du kannst noch ein paar Minuten weiterleben oder ein paar Sekunden. Wir können dir ja jetzt abhauen. Der haut ab. Der haut ab. Geh zu dem Lagerhaus, in dem Roman gefangen halten wird. Was? Das. Das war dein Glück, mein Freund. Moment. Toll, jetzt muss ich echt noch eine Mission machen. Ich wollte gerade den Part beenden, weil der sehr lange ging. Toll. Ähm, na gut, das kann ich ja immer noch machen. Ähm, das sehen wir also im nächsten Part. So ein bisschen Spannung muss auch mal sein. Der Typ kann weiterleben. Ich hab mich ja verlaufen. Von Dimitri. Oh, jetzt geht's hier richtig los. Dann beende ich den Part. Ich muss hier erstmal rausfinden. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Also macht's gut und ciao, ciao.